Was wäre denn? Ja, was wäre, wenn das von heute auf morgen, egal wer, von jetzt auf gleich nicht mehr zählt? Und du all das tust und all das machst, was dir gefällt, magst für dich und nicht für die anderen. Das ist dein Leben, das sollst du lieben, du weißt schon, was morgen passiert. Mach's für dich, auf keinen Fall für die anderen. Halt deine Träume fest, auch wenn es nicht immer einfach ist. Mach's für dich. Dann machst du ein Foto, weil du's einfach machen willst und denkst nicht drüber nach, ob's irgendwem gefällt. Was wäre, wenn? Ja, was wäre, wenn? Öffne Herzen, Augen, denn dann fängt was Großes an. Das echte Leben, es halt nicht auf Instagram. Was wäre, wenn? Was wäre, wenn das von heute auf morgen, egal wer, von jetzt auf gleich nicht mehr zählt? Und du all das tust und all das machst, was dir gefällt, magst für dich und nicht für die anderen. Das ist dein Leben, das sollst du lieben, du weißt schon, was morgen passiert. Mach's für dich. Auf keinen Fall für die anderen. Halt deine Träume fest, auch wenn es nicht immer einfach ist. Mach's für dich. Egal, was sie meinen. Mach's für dich. Für dich und sonst keinen. Mach's für dich. Das ist dein Leben, das wird's ein zweites Mal geben. Mach's für dich. Für dich und nicht für die anderen. Das ist dein Leben, das sollst du lieben, du weißt schon, was morgen passiert. Mach's für dich. Auf keinen Fall für die anderen. Halt deine Träume fest, auch wenn es nicht immer einfach ist. Mach's für dich. Es ist dein Leben. Untertitelung des ZDF, 2020